Das Leben ist wie eine Leiter. Man kommt immer weiter hinauf, aber wenn man oben die Leiter erreicht hat, dann fällt man hinunter. Einen Sinn des Lebens für mich, weil alles perfekt aufeinander passt, wie ein Deckel auf den Topf, die allgemeine Fortpflanzung. Ich will es auf jeden Fall so leben, nicht, dass ich nach Geld leben will, sondern nicht, dass ich für die Arbeit leben will, sondern dass ich arbeiten will, umzuleben. Ich bin glücklich, mein Leben ist okay und die Menschen, die mich umgeben, die sind wunderbar. Was ich in meinem Leben erreichen möchte, ist, dass ich einfach glücklich bin am Ende meines Lebens. Einen gut bezahlten Job habe, mit dem ich glücklich bin, wo ich jeden Tag hingehe und mich freue. Einfach immer glücklich zu sein. Liebe ist für mich, wenn ich eine Frau liebe, wie sie mich liebt, respektiert. Naja, also der Mensch soll mir halt zeigen, dass ich ihm vertrauen kann, der mir das Beste wünscht und wo wir uns beide gegenseitig unterstützen können in unserer weiteren Entwicklung, sowohl persönlich, beruflich, spirituell. Da kommt nichts. Wenn wir sterben, dann sterben wir aus. So einfach ist es. Man verschenkt das Leben an die Kinder und die leben dann quasi meinen Geist weiter. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form, ob man wiedergeboren wird oder ich denke auf jeden Fall, dass man nochmal irgendwie in irgendeiner Form nochmal auf die Welt kommt. Schönes Tag auch. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form.